Ich habe das Gefühl, wir sind an einem ganz interessanten, aufregenden Punkt jetzt angekommen, wo diese MOOCs irgendwie das Interesse der Öffentlichkeit gepackt haben. Hauptsächlich, weil die eben sehr große Zahlen von Studenten hatten, die ja auch viele das nicht fertig gemacht haben, aber einfach mal 150.000 Studenten, die da sagen, das möchte ich lernen, ist einfach ein Zeichen. Eigentlich ist jetzt die Zeit zum Experimentieren. Also wir haben jetzt die Tür geöffnet und jetzt müsste man einfach mal experimentieren mit ganz unterschiedlichen Sachen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir schon auf der einen Seite fast zu weit sind und wir sagen, wir wissen, wie man das macht. Wir glauben zu wissen, wie man das macht. Und andererseits vielleicht ein bisschen zu langsam in anderen Bereichen, wo man eben da dann digital ganz ablehnt und sagt, das ist nicht das Richtige, wir bleiben das kleine College oder die kleine Hochschule, wir wollen damit nichts zu tun haben. Aber dass die Institutionen sich auf irgendeine Art und Weise damit beschäftigen müssen, ist, glaube ich, jetzt klar. Was genau dabei rauskommt, ist noch unklar. Das kann natürlich, ich glaube, der einfachste Weg, was heißt der einfachste Weg? Der geradlinigste Weg und keiner, den ich vielleicht so richtig gut finde, aber der geradlinigste Weg ist natürlich zu sagen, okay, die Massengrundlagenveranstaltungen in den unteren Semestern, die machen wir jetzt als, in Anführungszeichen, MOOC. Kost weniger, wir haben Mindeststandard an Qualität, Feierabend. Das ist das Einfallstor sozusagen der MOOCs. Rationalisierung. Das ist das, was wir jetzt in den USA sehen. Ja, wobei, ich habe da große Fragen. Also, wenn wir jetzt sehen, wer sind die Leute, die die ersten MOOCs machen, oder wir haben ja nicht so viele Daten, aber die wenigen Daten, die da veröffentlicht wurden, sind das ja hauptsächlich weiße und asiatische Männer, die schon Universitätsabschluss haben. Also, die MOOCs, die dann nicht in eine Hochschule irgendwie eingebunden sind, die normalen MOOCs, die jetzt nicht zum Beispiel wie in San Jose und so weiter, die nicht Teil eines Studiengangs sind, sondern die ganz normalen MOOCs. Genau, also wo man nicht speziell... Das sind die weißen Männer mit guter Bildung. Genau, genau. Das sind keine Problemstudenten sozusagen. Genau, und da, finde ich, ist halt noch eine große Frage, ob dieses Modell, was jetzt so quasi Gentleman-Studenten, der mit dem PhD aus Oxford, der jetzt nochmal ein bisschen Machine Learning machen möchte, ob das Modell wirklich sich einfach so auf die Studenten umsetzen lässt, die vielleicht nicht genau wissen, warum sie studieren, oder denen die Motivation fehlt, oder die echte Probleme haben auch mit dem Stoff. Also, da, glaube ich, sind die Ziele oder die Ansprüche noch ein paar Meilen voraus dem, was wir wirklich machen können. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, wir müssten noch mehr experimentieren. Wir müssten mehr experimentieren mit solchen Zielgruppen. Das fängt ja jetzt langsam an. Und ich denke auch, dass es da ganz andere Ansätze gibt für diese Zielgruppen, als jetzt diese normale, effiziente Vorlesungsgeschichte. Das ist ja sowieso, glaube ich, eine Geschichte, die ganz gehörig schiefgehen kann, dass wir ein Problem lösen, das eigentlich gar nicht gelöst werden muss. Kommt es jetzt wirklich darauf an, mit perfekter Effizienz irgendwas Spezielles in der Mathematik zu lernen, oder muss ich eigentlich nur wissen, wie ich mathematisch an irgendwas drangehe, wie ich denke, wie ich mich verhalte als Ingenieur zum Beispiel. Ist eigentlich das der Inhalt von dem, was ich lerne an einer Hochschule? Ist es gar nicht dieser ganze Verhau an irgendwelchen Fakten, die ich mir ins Hirn prügele? Ist es das große Ganze, was nachher das Wichtige ist? Ja, absolut. Also das eine, was du gerade gesagt hast, wie ich mich verhalte als Ingenieur, ich glaube, das ist fast der Kern von Bildung. Dass wenn ich als Verärzte oder Juristen, auch ganz speziell diese ganzen Professionen, dass ich lerne, quasi jemand zu werden. Und das dauert Jahre. Und dafür muss ich mich mit solchen Leuten umgeben, mit anderen Leuten, die vielleicht weiter sind als ich und so. Und dann entwickle ich Verhaltensweisen und Herangehensweisen und Ansätze, die sich überhaupt nicht so beschreiben lassen im Detail, dass ich da einen Kurs machen könnte. Und das geht so ein bisschen verloren gerade. Das andere Ding, denke ich, was viel wichtiger ist, was noch nicht genug unterstützt wird, ist, wie du schon sagst, es gibt unheimlich viele Sachen jetzt, die brauche ich nicht mehr wissen. Wenn ich die bei Wikipedia nachgucken kann, viele Fakten, dann muss ich nur lernen, besser bei Wikipedia nachzugucken. Wobei ich jetzt, ich bin nicht derjenige, der sagt, wir machen alles bei Wikipedia und man braucht nichts mehr selber machen. Nein, nein, absolut. Aber ich denke, was wir lernen müssen, ist vielmehr, wenn wir ein Problem haben oder eine Frage haben, die richtigen Lösungsansätze umzusetzen. Und da ist ein Teil des Wikipedia, ein Teil des Leute zu finden, die mehr wissen über das Thema, ein Teil des richtigen Fragen zu stellen, ein Teil des auch mal dann sich da durchzusetzen, wenn man irgendwo hängen bleibt. Durch zu beißen. Durch zu beißen, genau. Den MUM zu haben, sich da durchzubeißen, das ist das Allerwichtigste. Aber das sind alles Sachen, da kann man aber lange, da sucht man aber lange in einer Vorlesung in Deutschland oder Amerika, wo diese Sachen unterrichtet werden. Ja, ich befürchte, dass wir dann ein Modul einführen, Studieren mit MUM Teil 1 und dann gibt es die genauen Anführung. Das wird nicht funktionieren. Mit Video, mit Video Lectures. Mit Video Lectures, das wird alles nicht funktionieren. Ja, und ich denke, das sind Sachen, das ist so ein bisschen in der Luft. Und wenn man dann an einer Uni, an einer Hochschule ist oder auch an einem Community College selbst, ich denke, die anderen Leute, die da um einen herum sind und dieses Netzwerk, was man sich da aufbaut, ist unheimlich wichtig. Und das lässt sich online nicht so leicht umsetzen. Vor allen Dingen für die Leute, die vielleicht ein bisschen mehr dafür brauchen. Wir sind derzeit, glaube ich, gerade mit den Exmoos sind wir derzeit wirklich so auf das Faktenwissen fokussiert. Das geht so schön, das kann man mit kleinen Vorträgen und mit Quizzes so schön abfragen, wie bei Skinner in Perfektion. Aber vielleicht ist es das gar nicht. Das wird mir immer klar, wenn ich ein Semester später mal gucke, was denn davon übrig geblieben ist, von dem, was sich die Studentinnen und Studenten mit Mühe dann angeeignet haben, das sind vielleicht drei Viertel einfach weg. Und dann fragt man sich natürlich, okay, warum haben wir die ganze Mühe gemacht? Lohnt es sich, das noch effizienter zu machen? Es muss alles irgendwie besser eingebunden sein. Also man müsste wirklich mal von vorne anfangen zu denken, nicht zu sagen, oh, diese eine Veranstaltung, das ist ein Modul, das machen wir jetzt mal als MOOC, sondern sich wirklich mal Gedanken machen, worum geht es denn überhaupt? Es ist ein Modul. Vielen Dank.